hallo heute gibt es ein neues video von mir und zwar direkt aus meinem badezimmer ihr seht es schon es geht heute um kosmetik da habe ich einige organizer und zwar diesen hier den ihr jetzt seht da noch diesen und den großen in dem ich jetzt unten meinen schmuck drin habe und oben dann auch noch etwas kosmetik und da möchte ich heute mal einige sachen aussortieren die vielleicht nicht mehr gut sind oder die ich einfach nicht mehr verwenden möchte und die organizer sind inzwischen auch schon etwas staubig geworden man sieht es vielleicht die werden dann natürlich auch noch geputzt und dann die sachen wieder frisch eingeräumt das ist jetzt übrigens auf meiner waschmaschine da hatte ich jetzt hier wo dieser organizer steht eigentlich immer einen radiowecker stehen da habe ich mir jetzt aber einen neuen gekauft den werde ich demnächst dann hier auch noch aufstellen damit ich im bad auch noch etwas radio hören kann und da jetzt der alte radiowecker weg ist möchte ich bei dieser gelegenheit ja alles mal schön sauber machen in meinem bad ist es leider auch tagsüber immer etwas dunkel deshalb habe ich jetzt mal nicht eingeschaltet damit ja auch etwas sieht ich hoffe es geht so mit der helligkeit jetzt beginne ich mal alles auszuräumen und mir mal einen überblick zu verschaffen was ich überhaupt alles habe und dann werden die drei organizer geputzt bis auf dieses teil wo der schmuck drin ist da ist alles sauber da habe ich ja neulich erst ein video dazu gemacht wie ich schmuck aussortiert habe aber der obere bereich wird natürlich jetzt auch noch sauber gemacht und das ist also jetzt jede menge zeug ich habe sehr viele nakellacke ich habe ja mal gesammelt und hatte in den besten zeiten 180 stück da habe ich mich jetzt schon extrem reduziert aber trotzdem ist es immer noch viel zu viel die lacke die trocknen nach einer gewissen weile dann auch nicht mehr wenn sie schon zu alt sind und daher lieber weniger kaufen habe ich mir jetzt vorgenommen dass ich in zukunft nur noch ein paar fläschchen gleichzeitig verwenden werde ich sehe hier auf einen blick schon einige die gar nicht mehr gut trocknen dem ist natürlich weg und auch ein paar andere sachen haben wahrscheinlich dass ablaufdatum schon überschritten das muss dann auch entzeugt werden jetzt werden die algenreise erst mal geputzt die algenreise habe ich mir mal auf ebay gekauft das ist so ein acrylmaterial ich hatte auch vor einigen jahren schon mal so ähnliche algenreise die habe ich mir aber leider beim putzen irgendwie ein bisschen kaputt gemacht ich habe dann so ein aggressives putzmittel verwendet daher nehme ich heute ganz einfaches spülmittel und dann passiert mir das hoffentlich nicht mehr und dann geht es um Zitzen, die Zitzen, die Zitzen und die Zitzen. Kaffee Zitzen, die Zitzen zu machen. 1.5 mm Bremschen 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm Zitzen, die Zitzen, die Zitzen sind. So, So, die Organizer sind jetzt gewaschen. Ich werde es jetzt noch trocknen. Das werde ich aber nicht filmen, denn das wird etwas dauern, bis ich die einzelnen kleinen Fächer da alle abgetrocknet habe. Und wenn ich das gemacht habe, geht es dann weiter. Da habe ich mir schon ein kleines Gefäß hier rausgesucht, wo ich dann die Kosmetik, die ich aussortiere, reintun werde. Und mal sehen, was da alles zusammenkommt. Bis zum nächsten Mal. So, also ist hier schon mal etwas zusammengekommen, was ich aussortiert habe. Darunter mein Lieblingsnacklack, den ich auch jetzt gerade trage. Aber der trocknet nur noch sehr, sehr schlecht und macht keinen Spaß mehr, den zu verwenden. Schade, ich hatte ihn wirklich sehr gerne in Verwendung. Der hier ist leider ziemlich angetrocknet. Es ist nicht mehr so viel drin, wie es jetzt aussieht. Aber der Rest ist leider schon ziemlich trocken geworden. Dann habe ich hier noch zwei kleine Proben aussortiert. Das ist einmal eine Mascara und was das ist, weiß ich nicht mal genau. Ja, ist auch noch eine Mascara. Die habe ich, glaube ich, nie verwendet, aber sind jetzt schon älter. Dieser Lack ist auch schon sehr alt. Aber ist auch nicht mehr viel drin. Ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera sieht. Okay, da ist der Pinsel irgendwie abgegangen. Der klemmt jetzt hier irgendwie fest. Ja, und der Lack sieht auch nicht mehr gut aus. Das kommt dann so auch weg. Diesem Lack sieht man schon an, dass er nicht mehr gut ist. Und werde ich jetzt auch nicht mehr verwenden. Die sind genauso. Ich werde also jetzt erst mal mir keine neue Nacklack zulegen, denn es bleiben hier sicher noch einige Fläschchen übrig. Und in Zukunft nehme ich mir fest vor, nicht mehr als fünf Farben gleichzeitig zu verwenden. Dann passiert mir das jetzt nämlich auch nicht, dass ich ja so viel jetzt weg tun muss. So, inzwischen ist nochmal dieser Lickloss dazu gekommen. Da ist auch nicht mehr so viel drin, auch wenn es jetzt voll aussieht. Das scheint nur so. Und einen Kamm habe ich noch aussatiert. Da habe ich jetzt mehrere und dieser ist einfach überflüssig. Also da hat sich eine Menge angesammelt, dass es jetzt weg kann. Und die Algenizer habe ich jetzt auch abgetrocknet. Ich habe hier die ganze Fläche noch abgestaubt, dass alles schön sauber ist. Und jetzt werde ich die Algenizer wieder schön einräumen. Ich fange jetzt mit dem großen Algenizer an. Der hat hier mehrere Abteile. Und der ist praktisch für große Sachen. Und die anderen sind dann eher praktisch für kleine Sachen, wie eben die Nacklackfläschchen oder Lippenstift. Und das Ganze muss ich jetzt gleich wieder gut nehmen. jetzt ist wieder alles schön sauber und aufgeräumt und vor allem hat es jetzt natürlich auch etwas platz gegeben also hier sind die größeren sachen drin die ich fast jeden tag benötige und ganz vorne da noch mal die größeren oder dickeren nagellackfläschchen die jetzt in die anderen organizer nicht so gut reingepasst haben dann hier habe ich pinsel käme meine haarschere lippenstift und meine andere nagellacke noch und da sind jetzt natürlich einige fächer frei die ich jetzt aber erstmal nicht befüllen werde da ich ja immer noch genug sachen habe die ich jetzt alle natürlich erst auch mal aufbrauchen möchte und hier oben ist dann der letzte organizer das ist auch nicht mehr so viel drin ein bisschen handcreme und pflegeöl ja eigentlich nur noch ein paar kleinigkeiten und jetzt sieht das doch schon wieder viel übersichtlicher aus hier irgendwo kommen dann auch wieder ein radiowäker hin ich habe ja eine 9 gekauft auf amazon da kommt dann auch in den nächsten paar tagen hier an und da ist um einiges kleiner als der alte und findet hier sicher gut platz und dann werdet ihr auch dann in den nächsten videos sehen und jetzt sage ich wie immer danke fürs zusehen und bis bald zum nächsten mal zum nächsten mal